Ich bin gespannt, ob gleich alle angreifen. Oder ob die einzeln kommen. Pause raus. Ja. Oh Mann, natürlich die 1300er Flotte gleich nach vorne. Oh Gott, oh Gott. Gleich als lebendes Schutzschild nach vorne gebracht hier. Die schießen natürlich jetzt auch hier. Oh, wir haben was erforscht. Moment. Schlachtschiff können wir endlich bauen. Sehr gut. Gut. Rumpfstärke, Kreuzer, nochmal plus 400. Flak-Batterie, Mega-Kanone. Die ist neu. Eine gewaltige Massebeschleuniger-Kanone, die nur spinal montiert werden kann. Und Geschosse mit fürchterlicher Schadenswirkung über große Distanz. Ja, das ist eine beschlossene Sache, oder? Was wir hier erforschen. Aber wo wird die denn hingebaut? X. Auf einem Titan wahrscheinlich. Na ja, machen wir mal. So, was ist jetzt hier los? Schafft ihr das hier endlich? Das sieht ganz gut aus jetzt eigentlich. Das sieht ziemlich gut aus momentan noch. Wir haben schon Verluste, aber trotzdem. Vielleicht solltet ihr euch nicht aufteilen, Mensch. Die fliegen hier kreuz und quer. Ihr solltet euch auf den einen konzentrieren vielleicht. Ich kann dem ja leider keine Befehle geben. Das ging ganz gut, Mensch. Schön. Das waren wahrscheinlich unsere Korvetten. So, jetzt müssen wir hier natürlich gleich jemanden herschicken. Moment, euch beide. Oh, der hat sich schon verzogen hier. Legion 4 hat sich verzogen. Das ist aber auch verständlich, nachdem er hier so vorgelegt hat. Forschungsschiff. Du musst auf alle Fälle erstmal hier oben erforschen. Und dann haben wir hier nämlich auch nochmal einen Außenposten her. Du bist fertig. Wunderbar. Dann fliege hier rüber. Und um die hier oben, um die kümmern wir uns später. Genauso auch um die ganzen Stationen hier, damit wir die Mineralien bekommen. Aber das ging jetzt eigentlich. Dann können wir uns ja hier, die können wir uns ja auch locker holen. Einzige Problem ist wirklich die hier oben. Und er ist nicht angepisst. Das ist schon mal gut. Das kann was werden. Das kann was werden. Konstruktionsschiff hier oben ist fertig. Aber wir haben schon wieder so viele Mineralien. Ich komme gar nicht nach mit dem Geld ausgeben. Gut, dann können wir das voll machen und das und dann am Schluss das. Und dann haben wir schon ein schönes, großes Reich. Dann sind wir eigentlich das größte Reich momentan. Jetzt von der Fläche. Das sagt ja noch nichts. Dann, ihr seid fertig. Und jetzt schauen wir nochmal. Wir haben immer noch 127 hier eingestellt. 130. Okay, das heißt. Ich könnte ja theoretisch jetzt nochmal. Oh, Schlachtschiff. Geht nicht, weil hier. Weil uns Punkte fehlen. Wie viel hat denn das? Schiffsgröße 8. Shit. Ich würde gerne ein Schlachtschiff haben. Ich hätte gern eins. Dann machen wir erstmal dann machen wir erstmal die andere Seite hier und dann holen wir uns das Schlachtschiff. Da können wir doch, Mensch. Da können wir doch noch ein Schlachtschiff dazunehmen. Eins. Nun gut. Da du zu viele Korvetten drin hast, aber zu wenig Kreuzerzerstörer versucht die KI, diese nachzufüllen. Merkt dann bei Fertigstellung, dass die Max-Kappa schon erreicht ist und stellt sie einzeln in Dienst. Das ist zwar doof programmiert, aber ohne Ordnung in den Flutten funktioniert leider dieses System nicht. Du solltest dann manuell die Schiffe, die zu viel sind, aussortieren. Wie gesagt, irgendwann kapiert man dieses System. Da habe ich jetzt bei mir ehrlich gesagt Zweifel. So, wird jetzt hier noch gebaut? Ich habe ja jetzt nochmal angefordert. Wird hier nirgends gebaut? Eigentlich hätte ich doch angefordert. Dachte ich hier. Na gut. Also 23,18. Die andere ist auch wieder da. Wo ist die denn rausgekommen? Hier drüben. Und dann holen wir uns als nächstes Wirdamon. Wirdamon. So, Energy Credits. Na toll. Aufwerten. Kriegsfabrik. Verbesserungs- Oh, das können wir brauchen. Ich habe das Gefühl, bei manchen Forschungszweigen geben wir die Forschungssachen aus. Haben wir nicht irgendwas mit Wurmloch mal gemacht? Wir haben doch was mit Wurmloch erforscht. Ah, Sternentor war das. Aber eigentlich auch mit Wurmloch. War das irgendwas für die... Das war irgendwas hier für die Basen. Schwarzes Loch. Ah, schwarzes Loch, nicht Wurmloch. Für Physikforschung war das. Okay. So, mein Freund hier, ne? Lang genug hast du uns getriezt. Construction complete. Er fliegt jetzt noch hier rüber. Und wenn er da ist, dann holen wir uns das hier. Und dann können wir schon mal ausschalten, dass wir hier reinfliegen können. Wunderbar. Und dann, äh, ja. Ob ich meine Wurmlocher schon... Ich könnte sie benutzen, aber da kommt man woanders raus. Wo war das denn hier? Äh. Hab ich da... Hä? Ich kann es noch nicht benutzen. Ach, jetzt bin ich bei Sternentor. Ich konnte es doch schon benutzen. Hier oben. Aber da kommen wir hier unten raus. Oder würden wir hier unten rauskommen. Und, äh, die haben ja die Grenzen geschlossen. Deswegen kommen wir da nicht durch. Gibt es da eigentlich hier oben, bei dem Sternentor? Wie sieht das denn aus? Aha. Ich hoffe, da brutzelt es ein bisschen, wenn man durchfliegt. Aber auch hier wird es so sein, auch wenn man dann wählen kann, wo man rauskommt, ähm, auch hier wird es so sein, dass wir, dass wir nirgends eigentlich hinfliegen können, weil alle die Grenzen zu haben. Würden wir natürlich Krieg führen hier unten, könnte man natürlich machen, oh nein, so als Invasionsarmee. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Ne, unerforscht. Hä, wo war denn jetzt dieses blöde Wurmloch? Muss ich jetzt nochmal hochgehen und nochmal draufklicken? Hier. Das ist hier Otaga Hegemonie. Wir schauen mal kurz. Die haben ein Defensivabkommen mit Zünnreich. Zünnreich hier drüben. Die sind uns komplett unterlegen. Das heißt, wir könnten hier mal so eine Invasion machen, wie beim Mass Effect oder so. Wo man einfach mal in dieses System reinspringt und dann hier alles mitnimmt. Ah, okay. Das behalten wir uns mal in der Hinterhand. Das ist ja gut. Das wäre schön. Weil im Krieg müssten wir normalerweise reinfliegen können. Da sollten ja die Grenzen dann offen sein. So, bist du jetzt endlich da? Jawohl, der ist da. Wir machen uns dann auf den Weg. Du baust hier noch Außenposten. Und du baust hier noch... Du kannst eigentlich hier unten Außenposten bauen. Und ihr beide fliegt jetzt hier runter und dann hier hoch. Minus 66. Liegt wahrscheinlich daran, sobald wir unsere... unsere Legionen aus dem Orbit bewegen. Oh, und wir haben schon wieder viel zu viel. Wir haben noch nicht mal einen... Was war das? Ein Schlacht... Schlacht irgendwas. Anomalie hatten wir schon lange nicht mehr. Ein Schlachtschiff war das. Na gut. Wir werden jetzt eh wieder runtergeschossen unter unser Limit und dann müssen wir noch mal hier die Vorlage anschauen. Vor allem vielleicht mal die Korvetten rausschmeißen. die vielen. Da reichen... Statt den 71 reichen da locker 70. Hier ist es ganz schön, ne? Korvetten, Zerstörer, Kreuzer. Schön aufgeteilt. Bei fast ein bisschen viel Kreuzer. Was haben wir denn? Erforschung zur Heimatwelt schicken. Ein... Etwas Neues? Ist denn unser Forschungsschiff jetzt schon aufgestiegen? Er hat drei Sterne und ist momentan hier oben erkundet. Feldproduktion, Energy Credits plus 5% nochmal. Wow. Okay. Also er erkundet hier noch. Die Trümmer kannst du ja auch dann dir noch holen. und dann gehst du hier rüber und holst dir endlich dieses Spezialprojekt. So, unsere Legion ist fast da. Dann rein mit euch nach Wirdamon. System Survey complete. Construction complete. Nee, also das stimmt hinten und vorne nicht, weil ich jetzt immer noch Flotte verstärken kann, obwohl wir schon am Limit sind und hier drüber. Was haben wir denn hier? Föderations-Assoziationsangebot. Vielleicht sollten wir uns auch mal bewerben. Ich hätte auch gerne so große Stationen irgendwie mit 7.000 Militärpunkte, 10.000 Militärpunkte. Also so wie wir die hier fertig machen, wir haben ja fast keine Verluste. Construction complete. Da können wir ja fast das letzte System auch noch angreifen. Construction complete. Ship fragments dissected. Die KI schaut nicht nach Flottenlimit, sondern was dir noch an Schiffen in den Flocken fehlt. Mir fehlen jetzt quasi hier, bei Legion 1, fehlen mir noch 23 Schiffe. Ich habe 127 eingestellt, also 20 Schiffe eigentlich noch. Gut. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. Oder wir fliegen noch 200. Ich schaue noch mal rein. Kann ja nicht so schwer sein jetzt. Wir fassen mal, wieso fliegt denn hier noch einer rum? Der müsste aber jetzt hier hinzugefügt werden. So, dann schauen wir jetzt rein und schauen uns das noch mal schön in Ruhe an. Wir haben aktuell 107 von maximal 130. Eingestellt sind 127. Das heißt, wir hätten noch Puffer für 3 Punkte. Jetzt habe ich hier 71 Korvetten. Wie bekomme ich die denn raus? Die müsste ich wahrscheinlich abspalten. Da müssen wir die wahrscheinlich abspalten. Zerstörer. Korvette. 24 Zerstörer und 12 Kreuzer. Dann schauen wir noch mal hier rein. Oh, Moment. Ich bin ja immer noch über dem eingestellten Limit eigentlich. Dann machen wir hier gleich 45 und hauen noch mal ein paar weg. Das wäre ja alles eigentlich Aufgabe vom Programm. Wir sollten eigentlich das alles selber machen. Also, dann gehen wir hier auf 45 habe ich gesagt, oder? Korvette 1, 2, 3, 4, 5. So, okay. Dann sind wir jetzt bei 125 von 30. Ich mache hier bei den Zerstörern gehe ich auch noch mal drei Punkte zurück. Ne, müssen wir gar nicht. Wir haben jetzt 100, doch müssen wir gar nicht. Jetzt haben wir 123 von 130 und jetzt müssen wir ein Schlachtschiff dazu bekommen können. Reicht nicht? Wir haben wieso kann ich das nicht dazu nehmen? Acht Punkte. Ach, acht Punkte. Mann, Mann, Mann. Kommt gleich wieder im Chat die Meldung. Bist du denn blöd? Kannst du denn nicht rechnen? So. Dann haben wir 129, dann können wir doch vielleicht noch eine Korvette dazu nehmen. Gut. Dann sind wir hier soweit durch. können Flotte verstärken. Bei Legion 3 haben wir 54 von 52. Da können wir ja auch mal zurückgehen. Da gehen wir auch was habe ich hier gehabt? 46. Dann gehen wir hier auch auf 46. Wobei da unterscheidet sich das wieder 18, 10. Doch können wir machen 10. Und dann sind wir da auch wieder durch. und wir müssen jetzt 6 Korvetten wegmachen und können dann wieder upgraden. Können dann wieder nachfordern. 6 Korvetten müssen wir hier wegnehmen. 6 Korvetten müssen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. So. Jetzt fehlen hier noch 2, hier fehlen noch 8 und ein Schlachtschiff. Ich habe natürlich jetzt keine Kohle, deswegen kann ich auch nicht verstärken. Jetzt haben wir die hier unten. Die können wir jetzt mal zusammenfassen. mehr Schlachtschiffe sagt Unkraut. Ok. Meinst du? Ich überlege gerade, wieso ich die nicht jetzt zusammenfassen kann. Ah, ok. Nur die Pause musste rausgenommen werden. Und wir sind jetzt bei 207. Wir könnten ja zum Beispiel hier drinnen noch ein paar Schlachtschiffe reinsetzen. Achso. Das ist hier quasi unsere Schlachtschiff Flotte. Die brauchen wir natürlich noch in den Anführer. Den haben wir auch noch. Wunderbar. Gut. So weit, so gut. Jetzt ist die Frage. Sind wir jetzt eigentlich über unserem kompletten Limit drüber? Ja, jetzt sind wir noch über unserem Limit drüber. Das ist natürlich blöd. Ok, jetzt passt. dann, was machen wir jetzt? Erstmal zum Reparieren zurück hier. Und wir können jetzt warten, bis die komplett verstärkt sind oder wir greifen gleich an, aber der hat dann wirklich so viel hier. 8000, 20.000, 28.000, 36.000, 40.000, 42.000. 42.000 hat er. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen, bis wir durch sind. Die Konstruktionsschiffe sind schon wieder fertig. Ah, du musst ja hier unten Sternenbasis bauen. Und Forschungsschiff müsste normalerweise jetzt... Ah, ok, die kümmert sich noch um die Trümmer. Das könnte die hier unten auch noch machen. Also du machst hier die Trümmer, Spezialprojekte. Anschließend machst du die Spezialprojekte hier unten und erkundest das System. Dann nehmen wir ihn schön in die Zange und dann gehst du hier hoch zu dem anderen Spezialprojekt. Gut. 18 Monate noch, dann können wir Sterntore aktivieren. Und knapp 100 Monate für die Mega-Kanone. Bei X. Ich denke mal, X wird bei Titan dann zum Einsatz kommen. Das wird bei Titan zum Einsatz kommen. Müssen wir auch noch erst erforschen. So, Bavir mal wieder. Avsmade. Avsmade. Avsmade ist... Keine Ahnung. Ach, hier oben. Wieso fordern die denn ein System hier oben? Ich würde doch erst mal hier anfangen. Nur so als Tipp. Technological Acquisition successful. Stahlpatzelung, sehr schön. Flak-Batterie, Schaden, Autokanone. Construction complete. Kristallplatten. Gehen wir mal auf die Kristallplatten. Da haben wir schon ziemlich viel erforscht jetzt. Hallo? Ach so, das ist jetzt... Die Trümmer ist das fertiggestellt worden. Wir sind hier noch gar nicht fertig. Deswegen kann ich nichts wählen. Ah, weil hier so viele Trümmer drin sind. So, du bist hier durch. Dann kannst du hier drüben weitermachen. In der Zwischenzeit. Oder einfach mal hier unten. Gut. Tja, und die Schiffe können wir jetzt upgraden, weil... Die Panzerung fertig war. Also, eigentlich müsste das jetzt so passen. Ich traue der Sache noch nicht. Was hat er denn jetzt auf einmal hier drin? Was ist denn jetzt hier? Hat er jetzt auf einmal Zerstörer und Kreuze noch mal drin? Die müssten doch beide gleich aufgebaut sein. Panzerung ist anders. Das ist schon... Ich schmeiß die jetzt trotzdem raus. Das ist doch Quatsch. Das soll ja die bestehenden... Das soll er ja upgraden. Wie bekomme ich dich denn raus jetzt hier? Auflösen. Ich verstehe das nicht. Ich will mich jetzt auch nicht mehr hier ärgern mit dem ganzen Scheiß. Jetzt haben wir wieder 248. Jetzt habe ich extra aufgepasst, dass hier alles in Ordnung ist. Dass wir hier überall schön... Ich gebe es auf. Nee. Ich werde das jetzt einfach nur noch Pi mal Daumen machen. Ich mag die automatisch erstellten. Ich mag die automatisch erstellten im Schiffsdesigner. Brauche ich nichts machen dann. Ich weiß nicht, wieso er die hier reingestellt hat. Ich kann die auch irgendwie nicht löschen. Die müsste ich ja eigentlich hier... Ah, jetzt geht's. Wo sind denn? Wir hatten doch hier... Wieso sind denn hier alle auf dem... Wir haben aktuell in dieser Flotte drei Kreuzer, 15 Zerstörer, 46 Corvette. Und hier ist nichts. Ich check's nicht. Wir haben bei Legion, haben wir... Wo sind die zwölf Kreuzer? Die müssen doch eigentlich hier irgendwo angezeigt werden. Entweder hier oben oder hier oben. Das ist jetzt durchs Upgraden. Ach so. Werden die denn noch Upgraded? Ah. Ich verstehe. Da müssen wir warten, bis er fertig abgegradet ist. Und wir haben Sternentorreise. Sehr schön. Mal schauen, wie wir das reaktivieren müssen. Wahrscheinlich mit Forschungsschiff. Äh, Nullpunktreaktor. Ja, machen wir das mal. Wir schauen mal hoch. Sternentor. Oh. Okay. Die kosten was. 10.000 Energy Credits, 5.000 Mineralien. Okay. Das muss noch ein bisschen warten. Mineralien sind weniger das Problem. Die haben wir schnell auf 5.000. Aber die Energy Credits, wir könnten natürlich, um das Ganze ein bisschen zu fördern, machen wir mal Diplomatie und holen uns ein paar Energy Credits. Für 100 Mineralien holen wir uns 50 Energy Credits. Die schmeiße ich jetzt einfach mal raus hier. Da bin ich mal zu frei. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Vielen Dank.